Furz, furz, lala, furz, wir sind hier gerade in der Sparkasse und machen eine üblichste Wette. Wie viel Geld ist das? Ihr könnt euch an die paar Kommentare schreiben, bevor ihr die Löwen seht. Wir haben gewettet. Ich habe 18,53 Euro, Anna hat 23,07 Euro. Und jetzt hau mal rein. Ich glaube, das baut sich doch so ein bisschen aus. Es geht übrigens um eine Kugel Eis. Oder eventuell fünf Kugeln. Ja, wenn man genau richtig beschätzt hat, kriegt man fünf Kugeln Eis ausgegeben. Wer näher dran ist, kriegt eine Kugel Eis ausgegeben. Ja, nicht mehr so schnell schneiden. Ach, Scheiße. Scheiße, komm. Scheiße. Ja, Ars und allein oben. Ja, ja. Alter. Alter, ich bin reich. Und ich muss Geld abheben. Tja, das hast du jetzt davon, was? Hammer, das ist 30 Euro. Du bist einfach übelst schlecht. Schön, Schlusswort.